Hallo, mein Name ist Raphael Meinhardt. Ich komme aus Graz in Österreich. Ich bin ein Percussionist, Malletspieler und lebe aktuell in Berlin. Ich präsentiere heute hier im wunderschönen Dom im Berg in Graz mein neues Soulprogramm, welches den Titel Tribute to Steve Reich trägt. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir macht Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.